Diese Seifen bestehen aus hochwertigen, natürlichen Rohstoffen und sind daher für alle Hauttypen geeignet. Jedes Stück ist handgefertigt und ein Unikat. Mein Ziel ist es, den Menschen mit meinen Produkten zu helfen, sich wieder wohl in ihrer Haut zu fühlen. In meiner vielseifigen Naturkosmetikwerkstatt stelle ich die verschiedensten Naturseifen her, nach tollen Rezepturen, zum Beispiel die Hanfseife, die Bierseife, Lavendelseife, Rose, eine schwarze Aktivkohleseife. Die Wirkungsweise der insgesamt 14 Seifen sind neben der reinigenden Wirkung natürlich unterschiedlich. Also die Bierseife ist reich an Mineralien, viel Vitamin B, hilft zum Beispiel bei vorzeitiger Faltenbildung und sie pflegt das Haar und die Haut. Die Hanfseife ist sehr feuchtigkeitsspendend und pflegend, reich an Antioxidantien und baut den natürlichen Schutzmantel der Haut wieder auf. Was mir besonders viel Spaß macht, ist für Firmen und Unternehmen und auch Hochzeiten individuell angepasste Werbe- und Geschenke herzurichten mit dem Logo zum Beispiel drauf. Diese Seifen gibt es auch in Klein, zum Beispiel als Giveaway in Hotels und Beherbergungsbetrieben. Es gibt aber nicht nur Seifen bei vielseifig. Ein Highlight in meinem Sortiment sind zum Beispiel die Pechsalben und die Pechsalben sind entzündungshemmend, desinfizierend, kann man auf offene Wunden geben, auf Fieberblasen, auf Schrunden, trockene Haut, Hautunreinheiten und noch vieles mehr. Ich gebe zum Beispiel rein wertvolles Olivenöl, Johanniskrautöl, Ringelblume, Kamille und Bienenwachs und das Wichtigste natürlich Lärchen und Fichtenpech. Neben der Pechsalbe gibt es auch noch die Ringelblumen und die schöne Hausalbe. Zu bestellen sind die Seifen und Salben im Onlineshop unter www.vielseifig.at und jeden Freitag von 14 bis 17 Uhr findet man Vielseifig am Bauernmarkt in Altenmarkt.